Du bist ja in Leipzig wie aufgrund der Atmosphäre im Stadion vom Feld gegangen und hier in Besiktasch wird die Atmosphäre auch ziemlich laut sein. Können wir davon ausgehen, dass du hier auch vom Feld gehen wirst? Also es geht nicht um mich, sondern um Timo Werner. Timo Werner, der hat hier gespielt und dann ist er vom Platz gegangen, weil es zu laut war. Okay, lass uns einfach die Frage beantworten, bitte. Also grundsätzlich, wir haben ja auch in Dortmund ein wunderschönes Stadion mit tollen, tollen Fans und die sind auch extrem laut, von daher dürfte uns das morgen nicht stören. Im Gegenteil, wir freuen uns sehr darauf, dass es morgen sehr, sehr laut hoffentlich wird. Und ja.